Ja Leute, moin erstmal, grüße, jo, ähm, heute geht's um das Thema, ähm, kuren, tiff, kuren, kuren, kurenTV, fahreis, äh, kurenTV und Tanzverbot, die haben wieder Stress miteinander, bevor ich das Video geschaut, ist eigentlich aktuell, ähm, ich versteh's einfach nicht, warum die wieder Stress haben, ich hab keine Ahnung, die machen sich da blöd, irgendwie im Teamspeak war da irgendwie Probleme, da gab's da irgendwelche Probleme, da hat er ihn beleidigt, ihr kennt dieselbe leider, immer dasselbe, immer dieser Kindergarten, das geht bis auf den Zünder, und ich find's richtig bitter, ähm, das ist halt, Ja, ich versteh's auch nicht, hilfst du mir, Kollege, warum machst du das, warum, Junge, warum, Kollege, du musst doch nicht ganz sauber sein, das ist doch, das ist doch alles bekloppt, was du da machst, Kollege, Junge, was, was wird das da, kann man ja irgendwie wählen, wenn man kann man mal, hä, wieso, wenn man, bauen, okay, geht nicht mehr, schade, ja, wie gesagt, auf jeden Fall, ich find's, guck mal, das haben wir nicht mal gestartet, ich glaube, das ist die Insel, wo wir gestartet sind, und jetzt müssen wir hier rüber, Ja, ist egal, wie gesagt, ähm, ich find's einfach nur traurig, dass einfach Leute immer Stress machen wollen oder Stress brauchen. Ich weiß nicht, ob's ohne Stress geht, ich glaube, gibt's in YouTube nicht. Es war jetzt monatelang Ruhe mit Tanzabot seinem Problem, aber jetzt geht's wieder los. Ich sehe, dass es wieder, dass eskaliert wieder gegenseitig, machen sich wieder übelst fertig und dann machen sie sich dementsprechend, ziehen sie sich gegenseitig runter und suchen, halt, falsche Taste, oh, ich muss, ich muss jetzt hier. Hä? So geht das nicht? Ich muss jetzt hier, ja, genau. Weißt du, ganz ehrlich, Leute, das ist so, ich cheated doch alle, ihr seid doch nicht alle, ihr schattert doch alle, jetzt geh ich in das Haus hier. Weil die machen mich klein, die mich klein, wann, 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 ich mich kalt und ich bin tot. So, jetzt, okay, geh ich ins Haus, komm hier rein. Machen wir das erstmal. Okay. Ich versteh nicht, warum die schneller unten sind wie ich, das ist, doch versteh ich nicht. Haben die vielleicht bessere Schirme, also so welche, mh, die Pliegeldrachen, gedings. Das war's. Besser wie keine Waffe. So. Jetzt hörst du bestimmt wieder gleich knallen. Die gehören bestimmt wieder zusammen. Sterben schon der Ersten. Komm, wir gehen mal hin. Oder nicht. Vielleicht auch nicht. Was ist denn da? Karteninfo. War ganz klar. Ja, wie gesagt, ich verstehe das einfach nicht, warum KorenTV und dieser Stress da miteinander macht für mich einfach überhaupt keinen Sinn. Was ist denn eigentlich unten? Irgendwas unten machen? Nö. Scheint nicht so. Lieber nicht. Geh mal lieber nicht runter. Ich komm lieber nicht hoch. Ich hab 8 Holz. Ich glaub, ich muss doch reichen. Wie viel kostet denn so ein Teil? Halt, das war die Falsche. Okay. Wie viel kostet das? 10. Aha. Die Ballerns schon nach der Gegenseite. Die Porn weg. Da. Schießen sie schon wieder. Komm, wir gehen mal hin. Leise. Leise von hinten. Bäh, bäh, bäh. Gucken, ob die hier sind. Die gehören bestimmt zusammen. Oh, oh. Oh, oh. Habe ich bestimmt gesehen. Ich weiß es nicht. Pssst. Ist nur irgendwo hier. Oh. Scheiße. Wusste ich doch. Alter, was? Warum nur? Es geht mir auf den Sack. Jedes Mal sterb ich hier. Das ist doch scheiße. Warum sind die alle so gut? Die müssen das halt jeden Tag 5 Stunden spielen. Oder wenn überhaupt. Oh, ich bin so schlecht. Aber es ist egal. Es geht ja ums Thema. Ja, wie gesagt. Ist egal. Auf wen? Was? Frontline ausfüllen. Achso. Alles klar. EU. Frontline EU. Ach, hier spielen alle EU. Alles klar. Okay. Verstehe. Ja, wie gesagt, Leute. Ich verstehe es einfach nicht. Warum die nicht heute leider sich vertragen. Okay, wir machen. Jeder macht seins. Du gehst die lang. Ich mach da. Und lass mich einfach in Ruhe. Ich geh dir nicht auf den Sack. Du gehst mir nicht auf den Sack. Aber nein. Immer gibt es wieder Probleme. Was ist denn das eigentlich hier? Hm. Geht nicht mehr. Okay. Hä? Wie geht denn das? Aber wie machen die das? Ist voll geil. Alter, was hat der für eine Rüstung an? Die sieht geil aus. Cooler Rüstung. Geiler Sache. Cool, ja? Mit Kopfhörern sogar. Ich hab so eine komische Axt hier. Oh, so eine Axt hier. So ein Hammer. Warum haben die den Hammer her? Ich will auch den Hammer haben. Gib mal den Hammer. Hä? Junge, geht es hier nicht ganz gut? Boah, was hat der für eine Waffe? Geil. Was hat der hier? Warum haben die denn so geile Waffen? Will ich auch haben? Gib mir die Waffe. Was macht der denn im Herzen? Ja, ich hab den Schwachsinn. Ja, wie gesagt. Ich muss ganz ehrlich sagen. Ich verstehe einfach nicht, warum. Was ist dann daran so schwer, sich gegenseitig zu verstehen? In anderen Ländern, zum Beispiel im USA oder so oder generell englischsprachige, kann ich nicht kenne, die haben so ein Beef gar nicht. Auch die Großen machen unter anderem so geile Sachen. Gemeinsame geile Sachen. Und machen geile Aktionen so. Und in Deutschland, irgendwie ist das ja nicht möglich. Ich verstehe nicht, warum. Ja, jeder denkt noch an sich. Konkurrenz denken, Konkurrenz denken. Ist immer schlimmer. Ist immer schlimmer irgendwie. Es geht wahrscheinlich nur noch um Kohle, Kohle, Kohle. YouTube macht wahrscheinlich die wenigsten noch Spaß. Nur weil die Geld, Geld, Geld verrückt sind und wollen halt noch mehr haben. Und da kostet jedes Mittel recht. Da mach ich halt mit dem anderen Beef. Oder vielleicht so alles gespielt. Ich weiß es nicht. Ob das alles noch spielt. Ich hab keine Ahnung. Oder KurenTV, das spielt. Absicht machen und am Ende sind sie im Relife ganz dicke da. Ich kann euch das nicht sagen. So. Guckt euch das an. So, jetzt gehen die jetzt alle hier runter. Ne, die verpissen sich. Das ist schon mal gut. Du weg. Meins. Lasst mich in Ruhe. So. Ja. Siehst du genau. Ist wieder der Riesenseil. Ja. Vielen Dank. Ihr seid echt alle nett. So. Ja. Vielen Dank. Muss ich jetzt hier lang gehen. Ach, ist doch scheiße, man Leute. Ich war so schön dabei. Ja, genau. Die ersten sind schon tot. Geil. Ja, und da ist der erste. Genau. Es wird eine geile Runde werden. Ich bin halt tot. Geil. Ja. Ja. Scheiße. Ah, das war scheiße. Wo ist meine Maus da? Das war sinnlos. Schacke. Ja, Leute. Das ist zu meiner Meinung zu diesen beiden. Ich verstehe es auch nicht. Schreibt mal eure Meinung meinen, warum immer so viele Leute miteinander nicht klarkommen. Guck mal, hätte ich die Waffen gehabt? Ja, ist egal. Gute Leute. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Haut rein. Und es tut mir leid, dass ich so schlecht bin in dem Spiel. Bis dahin, Leute. Ciao. Bis dahin. Vielen Dank.